Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal SkorpionPlays Ja heute ist er tatsächlich da, der Typ um den es im Video gestern ging und zwar der Shenzon Genau dieser Shenzon Genau dieser Shenzon und zwar machen wir heute eine kleine Episode Zwei Schwitzer einen Controller Das heißt wir werden zu zweit mit dem Controller spielen und gucken wie gut wir dann abschneiden werden Viel Spaß in der Runde, bis gleich So Leute, Team Deathmatch auf Combine Wir werden mit der VMP spielen, sorry dass ich Kaugummi kauere an dieser Stelle Aber es muss heute einfach mal sein Leute, weil ich hab sonst den heftigsten Mundgeruch aller Zeiten Zähneputzen kenn ich ja nicht Und deswegen Hast du das jetzt mal vor zwei Wochen gemacht? Ja Obwohl ich mir ne neue übelste Playerzahlmürste gekauft hab So 5, 4, 3, 2, ok let's go TDM Ihr geht ja jetzt bis 100 Leute, wir können übrigens unseren Specialisten nicht einsetzen wenn wir ihn bekommen Ey zwei Tasten ist kaputt Bei dem Controller den er mitgebracht hat, weil ich hab meinen Scarf jetzt noch nicht Den ich dann actual spielen werde Marcel du hältst den Controller komisch Ja aber so kann ich, ist ja wichtiger dass ich ihn gut halte wegen AIM Ja ok Ok let's go, komm 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 Ja wir sind schon wieder Ja komm wir laufen nachher Ja hatte aber Ja perfekt Komm das ist hier lang, das ist hier lang, das ist hier lang Ich dachte du willst ihn in den Raum oder? Mhm mhm mhm, ich spawn hier Guck mal er denkt er ist Scamp hier Digga, ist Level 1, er ist Praktikula oder so Ne Pikachu oder so Digga Lass mal oben, oben ist einer Oh oben sind sogar 2 Oh ja Digga, ja Wenn wir jetzt die beiden nicht kriegen sind wir die absoluten Untermenschen Ok chill 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 Nicht so schnell, die kommen da jetzt Ja war klar Rechts oder links war klar Aber du wolltest einfach nur nach unten den Gang gucken oder was? Ja ok das war echt mein Fehler alter Egal scheiße Wollen wir die Wand gehen oder nicht? Mhm Du musst einfach nur Toll open Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch Wir müssen sofort schießen Ok das wird's schwer Komm geht, wir challengen Ja fuck man Digga wie viele standen da? 4 Leute Egal das ist gut wenn das so ne Lobby ist Weil dann können wir immer schon von hinten kommen No homo Da links 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 ist einer Digga wie wegen Ahhhh schade man Er macht auch so Der macht Der ist echt so ein richtiger Chaihard Ja man Mit seiner XR2 Digga Er bombt einfach alles weg Wollen wir links außen gehen? Komm 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 Du entscheidest dich immer zu Du zögerst manchmal Ja du musst mir einfach nur sagen wohin du willst Ja ich muss jetzt ja entscheiden Du musst einfach nur laufen Die Richtung mach ich ja Ok komm Nein 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 Oh turn on Digga Geh rein Digga Wir gehen rein Jetzt hochgehen 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 Ich glaube ganz cheeky Cheeky Ok den holen wir Perfekt und jetzt Einfach nachladen Und jetzt Er ist absolut behindert Jetzt geh ins aim Geh ins aim Wir bleiben einfach hier Oh mein Gott warte warte Raus los raus Nein 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 Glaub mir genau so Genau so 3 2 2 Ah war klar Steh auf Ja Jetzt raus Ja jetzt raus Drohner Oh nein 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 Digga hat seine Hände bei Ebay Kleinanzeigen gekauft Digga was machen wir grad Oh mein Gott super weggespielt Was machen wir grad Nimm auf nimm auf nimm auf Nimm auf nimm auf Wenn wir jetzt einen snipen Digga Geh ins Geh hier Nein Okay lass mal Streak Mach Heldstorm an Ja ich mach erstmal Ja okay Warte Steuer du das Ne Digga ich mach jetzt so den Quad Kill Digga Ich schwör's die Amina fuck haram Absolut kein Kill Digga Mach mal die Heldstorm an Digga du musst sprinten damit Sprinten Sprinte Sprinte Digga Sprinte Ja wie ne wie ne L3 Was Ja nein Digga wir haben noch nicht mal einen Kill gemacht Digga also man muss dazu sagen ich hab halt selber keine PS4 und auch kein Black Ops 3 Ja deswegen ich hab absolut gar keine Ahnung Digga was das für ne kranke Runde bis jetzt wir haben so heftige Szenen Digga Warte 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 Ja Geh hoch geh hoch geh hoch Nein nein komm hier unten an Alter das ist so ne heftige Runde bis jetzt ne Einmal komplett umsonst außen Nein 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 wir gehen hier wir gehen links wir gehen links wir gehen links Digga die sind wieder alle oben Ja ich weiß Den holen wir jetzt und dann gehen wir ins Fenster rein Geh ins Fenster Okay Und jetzt kommen wir von hinten Ich hab Angst dass wir jetzt von den holen Nein Digga da waren wir auch schon wieder Der Kuchen Digga das war so als hättest du Kuchen vor deiner Fresse und du kriegst den einfach nicht Digga Oh so ein richtig geiler Beanstich armer da Das war einfach von vorne Challenge ein Scheiß verdruck Nein Digga da sind 400 Leute hoch Ja geh von hinten dann geh von hinten dann geh zum Fenster Geh zum Fenster Digga wir müssen das jetzt schaffen Digga Ja aber wir müssen das Jetzt guck einmal links ja guck einmal links Und dann kommt einer Digga Bleib ich bleib ich leg mich hin Alles gut Wir bleiben noch liegen wir bleiben ganz kurz liegen Nein Digga komm bitte der Kuchen Digga Ich hab so Bock auf den Kuchen Ja man Boah wir können uns jetzt richtig den Wehenstich Digga Ja Digga ja Ja Digga ja Ja Digga ja Das war einfach Challengen Nein nein Oh Gott oh Gott Wir bekommst du Rhythmache Weg der Weg der Weg der Weg der Oh mein Gott komm Spring Digga weg der Weg der Weg der Weg der Weg der Ja Digga scheiß drauf Wir stehen 18-7 das ist so krass Digga Ernsthaft Ja komm mit Da ist einer da ist einer Wie er absolut verstanden ist Ey Mann jetzt haben wir alle hier Spezies Ey Mann ich bin auch einsetzen Ja wir können unsere nicht einsetzen Das ist so lächerlich ne Das ganze links gehen komm Rechts ist rechts Marcel Da war doch jetzt einer Ja aber der ist nicht mehr da Sonst wäre das Teammate schon tot Einer ist Mitte Ja entweder der ist noch da oder Hä Der ist doch noch da Der ist unten wahrscheinlich Lass mal hier unten gucken Ja ja der ist er Komm 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 Digga 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 was machen wir hier Das ist einfach sterben oder Das ist einfach Ja komm geh ins Fenster Geh ins Fenster Digga du boostest dich weg Digga Ja weil da rechts einer war und ich dachte Ja dann darfst du dich doch nicht hinboosten Doch hinboosten Digga Ja Digga ja hinboosten Komm 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 Digga Erstmal rechts Erstmal rechts geh ins Aim Bleib im Aim Ok komm jetzt gehen wir hoch Nein Mann wir bekommen niemals den Kuchen Jetzt kommen die rechts Jetzt kommen die 100% recht Ey wir hatten so viele Chancen Wir haben uns so verkackt Digga Ja wir waren schon zweimal Wir haben uns schon ein Stück Haben uns geholt Nein Digga wir haben uns absolut gar nichts geholt Wir sind absolut kuchenlos Digga Geh hoch Er hat absolut movement Er kassiert trotzdem Ok Digga ja Oh Gott oh Gott oh Gott Oh Gott Ja scheiß drauf man Ich hab gedacht dass du unten hinlaufen Das wird auch noch richtig knapp das TDM Digga Wir carryn unser Team man Ne Digga wir sind absolut schreckt weil wir so viele Tode haben Digga komm 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 jetzt halt das Maul Jetzt lass dich mal ficken die Fotzen Nein jetzt man Komm Digga wir müssen gewinnen Ja komm Digga das schaffen wir Wir sind absolut Wir haben einfach drauf geschissen dass da ein Gegner ist Wir dürfen echt nicht so über die Mitte laufen Das ist echt Ja dann lass Oh Gott da waren so wieder so Wer ist der Kuchen ich hab ihn gesehen Ja ja Digga ich riech ihn schon Digga Puste Ok jetzt erstmal den Jetzt guck nochmal hier links Und jetzt ab nach oben Und jetzt ab den Kuchen Digga So wichtig Digga jetzt komm Ja Können immer noch welche Das sind geschützt warte Baus weg Oder wollen wir das überhaupt machen Nein Oh das war so unnötig Oh Digga es ist so knapp ne Digga Armander Oh Pikachu dreht sich Oh Gott nein Oben hin Nein Oh Gott jetzt mal ganz im Ernst Digga das ist immer so dumm ey man Rechts da im Raum was ja Das war so riskant Chill mal Die haben so viele Punkte gerade gemacht Wir haben absolut verloren Digga Weben wir jetzt echt noch Ah schade man Hey schade dass wir nicht last kill sind Aaaaaaah Guck mal wie wir das Team gecarried haben Na gut kann man aber nichts machen Der Anfang war auf jeden Fall nice Leute Lass auf jeden Fall gerne eine Bewertung dafür da Und dann würde ich noch sagen, haut rein Bis zum nächsten Mal Leute Tschüss